in der Nacht sagt doch mal einer was das ist ja Metal Gear Atom Sprengköpfe so wird man sich erst mal ganz kurz die neue Kleidung testen Jey die sieht cool aus so was haben wir denn noch mh eine Level 2 Karte das ist sehr gut das heißt ich kann ja schon mal ein paar Dinge anschauen so was war denn hier unten für eine Tür Level 5 wir sind sonst hier runter so 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 Ames finden Mann oder Frau das waren sie sich nicht sicher so 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 hat ist das liebe so jetzt muss ich erst mal gucken habe ich jetzt das ding ausgeschalten wenigstens da habe ich mein leben umsonst riskiert nein habe ich nicht m4 das ist doch schon mal schön get psg1 ist so viel sachen die mir noch fehlen gleich bin ich tot so dann habe ich doch auch noch ein schönes plätzchen das müsste ich mir doch nicht doch hier eigentlich ein bisschen besser umschauen können level 3 hier war ich schon da kann ich auch nicht rein wo will ich denn jetzt überhaupt hin nach scheiß auf das ganze zeug ich gehe jetzt muss er jetzt da rein denke ich der anderen seite komme ich ja nicht rein weil ja weil ja dort die brücke kaputt ist also geht es nur hier die hieb ich mir lieber auf die frage ist jetzt muss ich mich jetzt hier schon verkleiden und ich brauche noch so eine waffe die ich noch nicht höre gut ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr Resultat? Der richtige Arm ist weg, aber es gab keine Angst, dass es ihm war. Das Körper gehört zu Solid Snake. Hmm. Also, der Head des Terrorismus muss ... Ein Impostor. Genau. Du fühlst mich verweigert. Ich glaube. Ich glaube, ich war ein bisschen hoping, um die Legend in der Flesh zu treffen. Ich verstehe. Aber er sieht aus, dass er nicht hinter diesem Fall ist. Raiden, der Präsident braucht dich, glaube ich. Disgüse dich als Personnel in den Felsen, und infiltrate die Körs-Section. Deine Priorität ist, den Agenten Ames zu kontaktieren. Ich glaube, diese Kamera bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, diese Kamera bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes. Oh nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Also, muss ich die Waffe vorher finden, oder was? Was ist das? Oh, shit. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Woher vorher das? Woher denn die Waffe hinterher habe ich noch? Oh, shit. Woher bekomme ich mir die Waffe denn noch? Äh... Pliskin Ich habe keine Verbindung mit dem Inzidenz Und wie wirst du das wissen? Weil ich das Häh? Beide auf, wer du vertraust, ok? Raiden, kontakt mit Ames und find out, wo der Präsident ist Unsere Information zeigt, dass Ames in dem B1-Level von Shell-Wans-Körper Head for the core of Shell-1 Shell-1's core has extremely tight security Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja This will allow you to blend in But you still need one more thing It will look suspicious if you're not carrying the standard equipment All personnel in the core are equipped with AK-74Us Select your own AK when you're in disguise Find yourself an AK You have a level 2 card in your possession Go and search the warehouse in Strut F Ahhhh Das hat mir jetzt geholfen Strut F Strut E Strut F Da war ich doch, fuck Das hat mir doch Blöd Der 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 E ja sonst ähnlich ja so fast ich mich hier entlang schleichen ich hoffe hier war keine schickt könntest du vielleicht erst mal anlegen ich meine ich bin sehr schön dass ich funktioniert aber ich bin beziehen kann dass das ein bisschen scheiße ich habe so ein funkgerät getroffen wird ich habe den trottel hier wieder Wie ich das hasse, ey. Wie ich das hasse. Komm schon, verpiss dich. Oh Mann. Sind die jetzt alle hier unten oder was? Ja. Ja.